BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Der Deutsche Mieterbund in Reutlingen warnt derzeit vor vorgeschobenen Untermietverträgen. Durch sie könnten Mieter in eine Abhängigkeit von Vermietern geraten. Das Phänomen sei in deutschen Großstädten bereits bekannt und wir haben uns mit dem Geschäftsführer des Reutlinger Mieterbundes, Mark Roth, getroffen. Er hat uns erklärt, was vorgeschobene Untermietverträge sind, wo das Problem liegt und wie man dagegen vorgehen kann. Ein Vertrag zur Untermiete, die den Untermieter an den Hauptmieter bindet. So lässt sich die Praxis des vorgeschobenen Untermietvertrags grob beschreiben. Mark Roth vom Reutlinger Mieterbund erklärt, was es damit auf sich hat und warum das für Mieter zum Problem werden kann. Die Masche ist dieser vorgeschobene Untermietvertrag. Also ahnungslose Mieterinnen und Mieter werden einen Untermietvertrag vorgehalten und sind damit vertraglich an den Hauptmieter gekoppelt verbunden. Was bedeutet, dass wenn der Hauptmieter gekündigt wird, dann sind sie als Untermieter auch gekündigt. Und in der Regel fungiert der Hauptmieter als Strohmann und ist geschäftlich oder persönlich mit dem Vermieter oder Eigentümer verbandelt. Somit versuche man zum Beispiel Mieter loszuwerden, wenn diese etwa eine Mieterhöhung anfechten, erläutert Roth weiter. Das Phänomen sei in größeren Städten im Land bereits verbreitet. Auch in Stuttgart wisse man von Fällen, die Städte in der Region seien vermutlich noch nicht direkt betroffen. Also bisher ist uns noch kein Fall bekannt. Allerdings für den Bereich Tübinger, was ja im Vergleich zu Reutlinger noch mal ein anderes Pflaster ist, einfach durch die Studentenschaft und durch die viele Fluktuationen im Wohnungsmarkt, könnte mittelfristig die Gefahr bestehen, dass das sozusagen aus der Großstädte auch nach Tübinger und vielleicht auch nach Reutlinger rüberschwappt. Dies sei bisher aber nur eine Vermutung. Doch was kann man als Mieter tun, wenn man sich in einer solchen Situation befindet? Also in der Situation ist es zunächst schon mal wichtig, dass sie sich dann eine Rechtsberatung holen, beispielsweise bei uns beim Deutschen Mieterbund. Allerdings ist es so, dass es zurzeit sehr schwierig ist, dagegen vorzugehen, weil man das erstmal nachweisen muss, dass überhaupt ein vorgeschobener Untermietvertrag besteht. Also die Situation ist noch sehr, sehr löchrig. Am besten sei es laut dem Mieterbund deshalb, eine solche Situation zu erkennen, bevor man in eine solche gerät. Achten Sie auf die Mietverträge. Wenn das kuriose Mietverträge sind, wo Sie auch sehen, dass da was so nicht stimmen könnte, dann kommen Sie gerne auch zum Deutschen Mieterbund, da wir die Mietverträge auch prüfen im Vorfeld. Also wenn Sie da was sehen, dann lassen Sie das auf jeden Fall juristisch vorab prüfen, bevor Sie unterschreiben. Um die Mietsituation zu entlasten und derartige Situationen gar nicht erst aufkommen zu lassen, das formuliert Roth abschließend, müsse politisch langfristig die Nachfrage durch Wohnungsbau beziehungsweise sozialen Wohnungsbau gedeckt werden. Am Stuttgarter Oberlandesgericht hat heute der Prozess gegen neun Angeklagte aus der sogenannten Reichsbürgergruppe um Heinrich VIII. Prinz Reus begonnen. Ihnen wird zur Last gelegt, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein und ein sogenanntes hochverräterisches Unternehmen vorbereitet zu haben. Geplant soll laut SWR ein Sturm auf den Reichstag gewesen sein, bei dem die Gruppe bewusst Tote in Kauf genommen hätte. Unter den Angeklagten, die zwischen 42 und 60 Jahre alt sind, befindet sich auch ein Mann aus Reutlingen. Dieser soll bei einer Durchsuchung seiner Wohnung vor gut einem Jahr mit einem halbautomatischen Schnellfeuergewehr auf Polizisten geschossen und dabei zwei Beamte verletzt haben. Die Firma CureVac mit Sitz in Tübingen hat jetzt ihre Jahresbilanz für das vergangene Jahr veröffentlicht. Danach lagen die Umsatzerlöse bei knapp 54 Millionen Euro, knapp 14 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang von 20 Prozent. Der operative Verlust belief sich auf 274 Millionen Euro. Das sind 25 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017